hallo willkommen zurück zu einer neuen folge minecraft wolf heute mal wieder alleine bzw es werden auch die nächsten folgen alleine sein weil ich der einzige bin der jetzt noch auf dem server aufnimmt ich habe in der letzten folge ja den draconic bald hier viel gebaut und schon angefangen den reaktor zu bauen den ich offline leider fertig gebaut habe eigentlich in einer aufnahme fertig bauen bzw überhaupt anfangen oder richtig bauen aber das war mir dann anscheinend doch zu viel und deswegen habe ich den einfach gebaut und angeschmissen gekühlt wird zurzeit mit resonant ender und er produziert 1 24.000 rf pro tic erfährt nur gerade runter weil er genug energie hat mein ball also ich habe die energie die er produziert hat habe ich mit einem dimensional transceiver hier in den input vom draconic evolution core transportiert und in diesem ball passen ja wie gesagt 9 milliarden rf und ich habe einfach schon drei milliarden rf voll da sag ich mir noch da fug meine rüstung sind auch kaputt gegangen weil mich jemand auf dem server mehrmals getötet hat und sie dadurch natürlich kaputt gegangen ist auch natürlich dann auch die upgrades ja das heißt ich müsste mir eine neue rüstung kraften und blatt magic oder ich lass es einfach irgendwann mal eine andere oder gar keine kommen zurück zum richtigen thema mein plan ist es für heute den tier 7 alter alter nicht nein den tier 7 draconic evolution core energy core zu bauen so dazu brauche ich wie gesagt genug ressourcen vor allem übelst wie redstone und ich habe mir ein bisschen zusammengefahren beziehungsweise habe bei den ein oder anderen geschnurrt und habe soweit eigentlich alles zusammengefahren also ich habe über 200 draconien blöcke was auf jeden fall ausreicht und auch mehr als 1000 redstone blöcke so für tier 7 brauche ich insgesamt 328 redstone blöcke und 218 draconien blöcke und kann glaube ich irgendwie zwei billionen rf speichern oder so das ist viel dazu brauche ich aber erstmal die Partikelgeneratoren und zwar insgesamt 36 stück dadurch dass ich schon 4 habe brauche ich ja nur noch 32 das heißt ich brauche 32 davon so und dafür das draconium nehme ich erstmal hier von etwas so 32 kann reicht es aus das reicht nicht aus da muss ich wohl noch mal was drauf legen so jetzt soll das aber genau ausreichen gut Partikelgenerator so redstone blöcke habe ich blaze words habe ich mir auch schon genug erfarmt jetzt habe ich 32 Partikelgenerators so jetzt fahren wir mal kurz runter schalten den aus die energie bleibt übrigens gespeichert solange man diesen energiekern in der mitte nicht abbaut bleibt die energie komplett gespeichert so jetzt muss ich noch mal hochfahren denn ich habe ja nur die Partikelgeneratoren aber wir brauchen ja die energiekos stabilizer das brauchen wir auch wieder genug diamanten so jetzt ab zum reaktor nach unten so und wir brauchen wie gesagt neun stück die setzen wir einfach hier hin und dann wird das zu einer multi block funktion und ihr seht ein großer kreis so jetzt muss ich mich wieder oft genug hoch bauen so dann nehme ich mal wieder steine denn ich hab grad so können wir eigentlich gleich erstmal hier bleiben gehen wir hier hin so so bauen wir die mal erstmal hier hin ach man ich hätte shift rechts klicken müssen so zack die nächste struktur ist fertig so und jetzt bauen wir uns einfach hier nach oben ist mir jetzt völlig egal na komm so die nächste struktur ist fertig so und jetzt fehlt nur noch eine und das ist die da ganz oben da kommen wir mit einem kleinen jump in one hin zwei drei vier fünf sechs sieben acht zack so und jetzt geht's an den kern so dazu gehen wir erstmal hier hin machen tier sieben und machen wir mal das teil hier beziehungsweise schalten sie erstmal aus denn wir müssen erstmal hier die draconien blöcke wieder abbauen komm schon hallo oh jetzt bin ich runter gefallen das ist echt scheiße wenn man nicht fliegen kann aber ich hab's mir selber eingebockt dass ich nicht fliegen möchte aber es ist kein problem für mich ich werde das hier jetzt übrigens im also wie ich jetzt den kann baue werde ich jetzt im speedraffer machen also jungs ne bis gleich ich mache ich soll Bis zum nächsten Mal. 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 Gras. Bis zum nächsten Mal. 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 Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.